Perunius heute, alles, was ihr braucht über Peru. Die peruanische U23-Nationalmannschaft verlor an diesem Samstag mit 0 zu 1 gegen Paraguay beim dritten Termin der Gruppe B der Vor-Olympiade 2024, einer Veranstaltung, die Zugang zu den Olympischen Spielen in diesem Jahr ermöglicht. Die Besetzung unter der Regie von Chimo del Solá nahm in ihrer dritten Präsentation beim Wettbewerb Änderungen vor. Julinho Astudillo rückte anstelle von Rafael Lutiger in die Innenverteidigung ein und Ian Wisdom nahm eine Position im Mittelfeld ein. Der Slogan war derselbe wie in den vorherigen Spielen, Widerstand leisten und den Moment finden, um zu verletzen. Aber an der Spitze stand ein Paraguayer, der in der ersten Halbzeit deutliche Überlegenheit an den Tag legte. Diego Romero wurde ständig herausgefordert, bis Marcelo Fernández in der 19. Minute einen kraftvollen Schuss von außerhalb des Strafraums auf den Torwart schoss, 19. Die Rothaarige behielt ihre Dominanz bei, traf aber auf eine Peruana ein, die viele Leute in der Abwehr aufstellte, um weitere Gegentore zu vermeiden. In der letzten halben Stunde, nach dem Einstieg von Victor Guzmán, wuchs die Bicala auf offensiver Ebene und hatte bis zu zwei Torchancen. Mit diesem Ergebnis liegt Paraguay mit sieben Einheiten an der Spitze der Gruppe. Peru liegt mit drei Punkten auf dem dritten Platz, einen weniger als Argentinien, Trest. In ihrem nächsten und letzten Auftritt in der Gruppenphase treffen sie am Dienstag, den 30. Januar, auf Uruguay. Peru versus Paraguay, so haben sie sich im vorolympischen U23-Spiel gebildet. Peru, Diego Romero, Emilio Saba, Eric Noriega, Anderson Villacorta, Julinho Astudillo, Matthias Lontob, Ian Wisdom, Alessandro Burlamacqui, Guillermo Larios, Dieter Vázquez, Juan Pablo Goccochea. Paraguay, Angel González, Ellen Núñez, Ronaldo de Jesús, Gilberto Flores, Alexis Canterio, Fabrizio Peralta, Wilder Vieira, Diego Gomez, Enzo González, Marcelo Pérez, Marcelo Fernández. Das Team von José Guillermo del Solá liegt nach einem Sieg gegen Chile und einer Niederlage gegen Argentinien auf dem dritten Platz seiner Gruppe. Paraguay wiederum liegt mit vier Einheiten auf dem zweiten Platz, nachdem es mit Argentinien Gleichstand und Uruguay besiegte. Wie kommt die peruanische U23-Nationalmannschaft? Die peruanische Nationalmannschaft hatte ein gutes Debüt bei den Vorolimpiaden, indem sie ihr chilenisches Team mit 1 zu 0 durch ein Tor von Francesco Flores besiegte. Allerdings reichte es gegen Argentinien nicht, ein Spiel, in dem sie durch Tore von Thiago Almada, einem Elfmeter und Luciano Gondú, mit 0 zu 2 verloren. Für dieses Spiel gegen Paraguay holt sich das Team Guillermo del Solá Matias Lontob zurück, der am ersten Spieltag rot sah. Wir haben noch zwei Spiele vor uns. Wir sind gekommen, um gegeneinander anzutreten, wir haben noch Paraguay und Uruguay übrig. Was wir tun müssen, ist, die Jungs zu erholen, denn wir mussten vier Spiele hintereinander spielen, sagte der peruanische Trainer das Ende des Duells. Gegen die Albicelest-Mannschaft. Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar und abonieren Sie uns, um weiter zu wachsen und uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok zu folgen. Prune-os heute, siga no Facebook e Instagram.